Hallo meine Lieben und Dein Herzliches, Willkommen zu einem neuen, ja, was eigentlich, Let's Play, Let's Test, keine Ahnung, angezockt, ich weiß es nicht. Es wird jetzt nicht direkt ein Let's Play darüber geben, ich wollte eigentlich bloß mal wieder einen, ja, Horror-Kick bekommen, sag ich mal, weil ich jetzt schon ewig kein Horror-Spiel mehr gespielt habe. Ja, ihr seht schon, es ist ein Hindi-Horror-Spiel und wie ihr schon sehen könnt, es ist den Style, oder es hat den Style von P.T. P.T. habe ich persönlich nie gespielt, ich habe bloß einmal zugeguckt, wie es gespielt worden ist, aber da kannten die das schon und da haben die mir bloß mal grob kurz gezeigt, um was es da geht, beziehungsweise, ne, so die kleinen Schockmomente. Aber so an sich habe ich es nie gespielt und dieses kleine knuddelige Spiel heißt Punity, 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 sowas in der Art. Und ich habe, wie gesagt, ich hatte einfach bloß mal wieder Lust auf ein kleines Horror-Spiel und dachte mir, ich nehme mal, ich nehme euch mit. Und, ja, so, wie gesagt, ich habe keinen Dunst, so richtig, also, ja, man weiß ja schon, was das Spiel war, beziehungsweise, was da ging und blablabla. Und, ähm, aber wie gesagt, ich habe es nie gespielt, deswegen weiß ich nicht, was jetzt hier, oh, die Momente sind. Was ist aber, wobei, P.T. hier auch eine Tür, aber das ist egal. Ach, das heißt, ja, ich erinnere mich gerade, vage an eine Stelle, wenn man hier hochguckt. Widerlich. Eine Notiz. Kann man das so, aha, Watch Out. Ta, 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 da, door, Barbar. The only me is me, are you sure, the only you is you? Okay, geh auf. Eigentlich müsst ihr ja aufgehen. Hallo? Warum geht die nicht auf? Warum geht die nicht auf, Mutti? Na gut! Hallo. Darf ich rein? Noch habe ich die große Fresse, ne? Aber gleich wird es mir wieder gestuft mal. Ähm, P.T. kennt sicherlich jeder. Es geht eigentlich bloß hier. Oh. Ich weiß auch nicht, ob die Türen einfach offen dann sind, wenn sie... Oh, ich schwitze schon wieder. Okay, denn der Kick, den habe ich bekommen und jetzt möchte ich gerne ausmachen. Ich weiß auch jetzt nicht, ob ich das Spiel durchspielen kann oder werde oder mache. Keine Ahnung. Ich wollte einfach wirklich bloß mal so für zwischendurch, für Abwechslung. Weil, ähm, Fahnenheit läuft ja aktuell noch. Ja, müsste eigentlich noch aktuell laufen. Und, ähm, habe danach eigentlich vor, kein Horrorspiel mehr, beziehungsweise das Spiel, was schon geplant ist, kein Horror. Und deswegen dachte ich mir, ich brauche halt einfach manchmal mal den Kick. Und was ist denn jetzt los hier? Wann geht mal die Tür auf oder muss ich erst was aktivieren? Ich habe keine Ahnung. Aber hier, ich... Ich habe keine Ahnung. So, hier geht... Hier geht es auch nicht auf. So, dann gehe ich halt nochmal zu der anderen Tür. Vielleicht muss ich... So, es ist immer noch 23,59... So, hier geht es auch nicht auf. Ich weiß nicht, warum das manchmal so verschwommen ist. War das bei Tee auch so? Ne, ich glaube nicht. Aber wir reden ja jetzt... Ich bin sehr angespannt gerade. Okay, wir gehen zurück, wir gehen zurück. Oh Gott, oh Gott, hier kommt mir ein bisschen wieder ins Gesicht gesproken. Komm ich jetzt hier rein? Ich weiß es nicht. Hä? War das bei PTO so, dass man da bloß in den zwei Gängen da rein und her gerannt ist? Ne, genau. Man konnte da richtig in die Türen rein. Oh Gott. Okay, liebe Freunde der Sonne. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich möchte nicht da hin. Nein! Oh Gott. Oh Gott, ich möchte bitte nach Hause. Ob ich nach Hause? Nein! Oh nein! Oh Leute, wir müssen da hin! Oh, ich kriege so Gänsehaut gerade. Oh Gott. Oh Gott. Den Kick. Ich habe jetzt den Kick. In diesem Sinne beende ich jetzt, was es ist. Er hat rein, macht's gut. Tschüss. Oh Gott. Okay. Ja, das war Punity. Es ist ja eigentlich bloß ein Minispiel gewesen. Ich habe gerade geguckt, also im Internet geguckt. Ich habe das nämlich gerade witzigerweise mit einem anderen Spiel verwechselt, was ich spielen wollte, was auch so in der Art war. Aber ich mich dann doch für dieses Spiel entschieden habe. Deswegen habe ich mich gerade gewundert. Deswegen bitte ignoriert einfach das, was ich am Anfang gesagt habe, von wegen, dass ich es durchspielen werde oder let's playen werde. Das ist jetzt wahrscheinlich bloß ein 5-Minuten-Video oder 6-Minuten-Video. Das tut mir wahnsinnig leid. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das doch hochladen werde, wenn es wirklich bloß 5-6 Minuten geht, aber höchstwahrscheinlich dann doch. Also bitte nicht wundern. Ja, wie gesagt, ich habe es gerade mit einem anderen Spiel verwechselt. Deswegen dachte ich mir gerade, hä, bin ich bescheuert? Muss ich jetzt hier irgendwas anderes drücken? Oder habe ich jetzt verloren? Oder keine Ahnung? Aber nein, das war ja, Punity war ja dieser PT-Clone, sage ich mal. Und ja, das andere war dann doch etwas anderes. Ja, ihr wisst ja, wie ich bin. Das ist ein bisschen blöd manchmal. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir doch eine Bewertung da oder halt auch nicht, wie ihr wollt. Und ja, in diesem Sinne, haut rein, macht's gut und ich hoffe, ihr hattet auch euren Jump Scare. Haut rein, macht's gut. Tschüss.